Servus miteinander, mein Name ist Kevin Volland, ich bin gebürtiger Magdoberdorfer und war wie ihr hier einige Jahre auf der Realschule in Magdoberdorf. Ich bin sehr froh, dass ich Teil des Projektes Toleranzmachtschule sein darf und dass es in meiner Heimatstadt auch ausgetragen wird, finde ich umso schöner. Ich finde das Thema sehr wichtig, weil es mir auch tagtäglich im Profifußball begegnet. Ich habe einige Mannschaftskollegen, die aus anderen Kulturen stammen, aus anderen Religionen stammen und wir gehen sehr respektvoll miteinander um. Wir wissen, wenn wir es nicht machen, haben wir keinen Erfolg. Wir müssen tagtäglich miteinander trainieren. Wenn wir neue Spieler integrieren wollen in die Mannschaft, dann gehen wir auch ohne Vorurteile offen auf die Menschen zu, ob das in der Kabine ist, ob das neben dem Platz ist. Ansonsten funktioniert es nicht, ansonsten kommst du auch nicht weiter im Leben. Das sind meine Erfahrungen, die ich über die Jahre hinweg gemacht habe. Ich wünsche dem Projekt sehr, sehr viel Erfolg und freue mich, dass ich im Juni vorbeikommen kann und im Namen der Toleranzmachtschule mit euch zusammen kicken kann. In diesem Sinne alles Gute und bis bald. Ciao. 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 Ciao.